Jetzt bin ich gerade hier vorbeigelaufen. Da denke ich mir, was passiert denn da? Es gräbt gerade hier eine Biene ein Loch in den Sand und das ist eigentlich ein sehr kleiner Blumenkasten, wie man sieht. Wenn man es mit meiner Hand vergleicht, eigentlich hatte ich nicht erwartet, dass der auch von Bienen angenommen wird. Aber offensichtlich kann es dieser Biene gar nicht klein genug sein, obwohl andere Flächen größer wären. Aber was auffällig ist, was ich jetzt auch schon ein paar mal beobachtet habe, dass diese Bienen sehr gerne neben einem Stein reingehen. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwie ein besseres Vertrauen in die Stabilität haben oder was der Grund ist. Und die Steine hier sind auch nicht groß, also die gehen da nicht tief runter, sondern sind mehr so, naja, also der, den sie da ausgewählt hat, das ist in der Ecke von einem Ziegel, von einem Backstein. Und sie hat jetzt eigentlich schon erreicht, also die Tiefe erreicht. Tiefer geht er gar nicht, aber es war halt für sie der Ansatzpunkt. Deswegen habe ich auch in meinem anderen Sardarium einfach Steine so ein bisschen reingelegt, auch wenn sie nicht tief sind, damit die Biene da einen Ansatzpunkt hat.